Musik Ich bin Lasse Dewey und April dieses Jahres wurde ich hier in der Christuskirche vor meinem Tag konfirmiert, auch in der Tracht der Helian-Fahrt-Fundern. Mit denen bin ich dann im Sommer auf das Sommerlager gefahren. Und an diese Zeit denke ich auch jetzt noch in der Adventszeit gerne zurück. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wie ich in meinem Konfirmationsbekenntnis gesagt habe, sind die christlichen Pfadfinder mein Platz in der Kirche.